Diese Woche ist das perfekte Dinner zu Gast in der Hauptstadt. Die Mittwochskandidatin ist Sarah aus Spandau. Guten Morgen, Sarah. Wie geht's? Was? Ihr? So früh? Jetzt hat mir keiner gesagt, dass ihr hier schon morgens sind alle früh um 11 vor der Türe steht. Sollen wir vielleicht später mal wiederkommen? Nee, jetzt kommt drin, wenn ihr da schon mal da seid. Sehr gnädig. Will you visit? Mein Reich. Und wo soll dein Dinner heute stattfinden? Da hier. Wo denn genau? Hier auf dem Tisch. Warte. So geht's natürlich auch. Schwuppdiwupp. Fertig ist die Deko. Mit Winkekatze. Soll ja Glück bringen. Die Gäste können kommen. Bist du denn schon aufgeregt? Aufgeregt habe ich mich auf jeden Fall. Ich habe mich aufgeregt über ein Dinner von gestern. Von den Geralt. Ich habe mich aufgeregt. Da gab's gebeizten Lachs mit selbstgemachtem Sushi. Das hat geschmeckt wie toter Fisch. Tot! Was gibt's denn bei dir heute Abend? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich weiß doch nicht, worauf ich heute Abend Hunger habe. Na, zum Glück ist ja noch ein bisschen Zeit, bevor die Gäste kommen. Bevor die Gäste kommen, mache ich doch eh einen Schönheitsschlaf. Ich chille. Na dann. Das ist ja sowas. Mann!